hey kollege geht es dir schon gut und was läuft interessant definitiv interessant ich komme später vorbei und ich schaue ein bisschen ohne mit ich lasse mich mal wieder leiden wo blöde drecksau wo blöde drecksau jetzt habe ich mich schon zweimal erschrocken meine fresse da ist auch zu sicherheitsraum der hat definitiv verstopfung gehabt da führt die Toilette ganz ja 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 Ach du Drecksau. Hallo Schweinchen. Wir holen sie weg. Auf eine Einwahl. Wir bleiben jetzt noch mal kurz drin, weil der nämlich da draußen noch rumschleicht. Ich glaube jetzt ist es zumindest weg. Ich vertraue der Sache nicht. Da vorne steht doch jemand, oder? Ach ne, ich habe das so ausgesehen. Ich bin jetzt von der Stühle. So. Oh, jetzt wird lustig. Wer ist da? Wer ist da? Komm, komm, komm. Ich weiß nicht, dass ich ja ewig lange gebraucht habe. Schaltet die beiden Gaspumpen ein und betätigt den Hauptschalter, um den Strom wieder einzuschalten. Scheiße. Untertitelung des ZDF, 2020 Auf jeden Fall brauche ich dann gleich was zu verstecken. Ich weiß nicht, wo ich mich letztens versteckt habe. Ich glaube dahinter. Ich weiß nicht, wo ich mich nicht versteckt habe. Ich weiß nicht, wo ich mich nicht versteckt habe. Ich weiß nicht, wo ich mich nicht versteckt habe. Ich weiß nicht, wo ich mich nicht versteckt habe. Ich weiß nicht, wo ich mich nicht verstecken kann. Oh! Meine Fresse. Ich kann euch nicht sagen, woher er jetzt kommt, ob er von links oder rechts kommt. Ich habe zwar ein Surround headset, aber das ist so... Das kann man in dem Spiel nicht richtig deuten. Okay, hier war es auch nicht. Da liegt zumindest eine Batterie. Okay, alles klar. Jetzt muss ich überlegen, weil ein von den Schränken macht der Niedergeherr nämlich auf. Moin, Amit. Ich weiß nicht, an welchen der aufmacht. Keine Ahnung. Ich glaube, das war... Scheiße. Ich vertraue der Sache nicht. Ich weiß nicht, wie es passiert. Ich habe einen Schränken. Ich habe einen Schränken. Ich habe einen Schränken. Deinfinitiv! Uh, yes, you have to pay for an Outlast. But it's not expensive. Up there! Nein, nein, das ist dieser komische Bot von uns. Der macht bloß einen Timeout. Ich weiß nicht, was du geschrieben hast. Ich glaube, wenn die Nachrichten zu kurz sind... Ne, ne. Wenn die Nachrichten irgendwie, glaube ich, zu kurz sind oder bloß Spam enthalten, dann löscht der das direkt. Dann kriegst du einen Timeout für 30 Sekunden. Ich weiß auch nicht warum. Das ist halb so wild. Ach, nein, Moment, warte. Ich weiß warum. Ich habe die Nachricht gerade bekommen, warum er das gemacht hat. Das war bloß ein Spam-Filter. Mit irgendeinem Satzzeichen. Ich habe den mal raus gemacht. Das müsste jetzt normalerweise funktionieren. Moin, the game. Ich bin auf der Suche nach Batterien. Denn Batterien können fliehen. Ah, Ahmed. Okay. Alles klar. Das merke ich mir. Wow, wow, wow. Wie Drecksau. Verpiss dich. Alter Schwede. Die Drecksau. Meine Fresse. Hat die Sau mich jetzt erschreckt. Okay. Oh. Oh. Ja, okay. Ja, geh weg. Ich will hier keiner. Oh. Eine Gaspumpe fehlt noch. Nein, ist mein zweiter Run. Den ersten Run habe ich gemacht im September letztes Jahr. Also es ist schon etwas länger her. Ich kann mich an fast nichts mehr erinnern. So, wo haue ich mich denn? Genau, dann laue ich mich. Mann! Geh weg! Geh weg! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt muss ich erstmal überlegen, wie es hier weiterging. Wo bin ich denn gekommen? Da ist zu. Mein Gott, geh doch einfach weg. Also da ging ich schon mal nicht weiter. Mein Gott, wo ging es denn hier weiter los? Oder war das die andere Seite? Mann! Da war ich schon. Ich habe keine Ahnung, wo es jetzt weiterging. Ich sage ja, das ist schon etwas länger her bei mir. Das war eine Pumpe. Das war's mir. Das war's mir. Das war's mir. Das war's mir. Ja, geh weg, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, ja, hallo, steh halt auf. Ah, Blau Forest. Ah. Ach ne, hier ging's weiter, siehste. Oh Mann, ne, ich hole. So, was muss man denn machen? Kehre zum Sicherheitsterminal zurück. Oh, die Drexer. Hallo, Lukas. Pater, warum tun sie mir das an? Das erinnert mich an paranormale Aktivitäten. Das ist offen vor dir. Oh, come on. Auf jeden Fall mache ich mir erstmal eine Zigarette an, nach diesen fünf schreckhaften Momenten, die ich eigentlich hätte voraussehen müssen, aber nicht getan habe, warum auch immer. So, vergiss nicht deine Notizen zu checken, Notizen, ich bin drin. Ich bin drin, überall Leichen, Blut, Verbrennungen, Köpfe aufgereiht wie Flaschen in einer Bar, tote Murkhoff-Wissenschaftler hängen von der Decke, auf ihren Namensschildern steht Murkhoff Advanced. Was haben wir denn hier? Danke dir! Hey! Pfoten weg! Mei bist du ein Hübscher? Wer bist du? Boah, die Glitchco-Brüder! Wo ist die Milchschnitte? Und was willst du? Ich? Nö. Ich hab die Glitchco-Brüder gesehen. Zung in auf die Worte. Ok, warte mal! Gott hat immer einen Weg. Folge dem Blut! Der schläft 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 Nein, nein! Ich bin fast genug! Hey, Last Car! So, jetzt ist die Stärkung aktiviert, glaube ich. Okay. Ja. 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 Ich brauche mehr Batterien. Okay, hier ist nichts. Let's take a shower. And your keycard. It's Outlast. It gets crushed. The rest of the system. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Inactive Untertitelung des ZDF, 2020 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 Finde einen... Ach nein. Ich hasse die Kanalisation. Wie die Pest. Wie die Pest. Die Freundschaftsanfragen schaue ich nachher durch. Wie die Pest. 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 Achja. Wie die Pest. 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 Gott sei Dank kann hier schon mal keiner kommen. Ich muss aufpassen, weil ein netter Kollege kann mich auch rausziehen. I have to go back, why? Hier? Oder hier? Oh! Oh, shit! Shit! Ah, okay. Wait, I'll check it. I'll check it. Gave me the batteries. Ah, here. Oh! 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 Oh, where he is? Run, Forrest, run! Oh, here's another battery. I know if he's coming or not. Oh, here's another battery. Oh, here's another battery. He's locking on the door. Hello? Hello? Anybody here? Oh, here's another battery. Well, if I run now, when I know, I run the fourth way. Okay. Oh, here's another battery. 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 Morgen ist es. Ja, manche Leute stehen erst um die Uhrzeit auf. Hahaha. Auf. The other battery... No! Ja, ich rüst! Lauf, Forrest, Lauf! Alter, chill dein Leben. Also ich glaube, Deutschland ist nicht in mehreren Zeitzonen eingeteilt. Nicht? Ich glaube schon. Müsste man mal einführen. Ich will zu den Weiblichen. Na, es war klar, dass da zu ist. Verdammt! Boah! Die Drecksau! Legt mich am Arsch! Boah! 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 Ich krieg hier noch ein Herz im Fackbattelspiel. Ich krieg hier noch ein Herz im Fackbattelspiel. Ich krieg hier noch ein Herz im Fackbattelspiel. Das Einzige, wo ich mich noch daran erinnern kam, war der Poltergeist draußen im Garten. Das ist das Einzige, was ich noch wirklich weiß. Vor dem habe ich mir fast in die Hosen geschissen. Moin Perle, willkommen bei dem beschissensten Horrorspiel überhaupt. Und man denkt, da kommt nichts, man rennt los und sich einfach erschreckt. Na komm, geh halt da hoch. Jetzt kommt der Fettsack wieder und du musst wegrennen. Kommt jetzt fett, fett, meck, meck, fett, 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 meck, 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 fett, fett, fett. Ach ja, das war dieses, diese Katakomben hier unten. Der kommt genau auf mich zu. Der Vorteil vom Surround headset. Vor allem, du siehst hier drin überhaupt nichts. Ach doch, doch, der Leiter. Ich geh bestimmt nicht in die Mitte, vergiss es. Uah! Fetti, geh weg! Moin, Rexem! Boah, hoch da. Nein, was machst du denn du? Na, da brauche ich nicht schwimmen, da brauchst du dich einfach reinlegen und das Fett schwimmt eh schon oben. Wow, 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 wow. Wow, wow! Geh weg! Nein, ich will nicht laufen. Hör auf, erzähl mir nicht sowas. Ja, vor dem hab ich Angst, der hat einen Knüppel. Der gibt mir eine mit, dann ist vorbei. Bleib schön in deinem Zaun. nee, werd ich boostet. Bleib da, hilf mir! Boah, ich seh überhaupt nichts. Also hör auf. Wenn du das wirklich erlebt, so bringe ich mich vorher um. Ich würd mich irgendwo verkriechen. Nicht nur du, ich bin auch der Erste, der tot ist. Ja, soll ich ja am besten, dass du es sein. Ach nö, jetzt kommt die Scheiße. Mit dem Scheißverschieben, da erinnert mich auch noch dran. Ich hab da auch viele Versuche gebraucht, bis ich das geschafft hab. Direkt ja dann auf Schlitzen. Ich werd erstmal ne Runde abhängen. Ich werd mich irgendwo aufhängen und rumbau mich. Okay, da ist zu. Achso, der hat die Tür versperrt. Das Problem ist, ich muss die Scheiß-Tür aber aufschieben. Ein normaler Mensch würde erst gar nicht in das Haus gehen. Aber der normaler Mensch würde normalerweise gleich beim ersten Mal, als er die erste Leiche sieht, sofort wieder umdrehen. Nein, wir müssen natürlich wieder hier Zeitungsjournalist spielen. Da ist auch zu. Moin, na, wie auch immer man den Namen ausspricht. Na, Leo, keine Ahnung. Von dem Zuschauen werden dann später Auktionen gemacht für Giveaways, Keys, sonstiges. Die kann man dann einsetzen in einer Auktion und derjenige, der die meisten Punkte hat oder die meisten dafür hergeben möchte, bekommt dann das Giveaway. Mach die Tür auf! Mach die Tür wieder zu! Oh. Jo, bitte. Natürlich. Also, ich hätte mir sowieso erst eine Waffe bauen. Irgendwas. Warten, bis er kommt und dann klatsch! Warten, bis er kommt. Wie kann man Zuschauer-Bot einstellen? Was meinst du mit Zuschauer-Bot? Du meinst sowas wie ich hab, oder? So ein Token-Bot. Einer der die ganzen Sachen postet. Wo geht's hier? Wo geht's hier? Wow! Hau ab! Lass mich! Lass mich! Lass mich in Frieden! Boah! Leck mich am Arsch! Ja, nein? Ja, nein? Was? Ja, nein? Du musst schon genau sagen, was du von mir möchtest! Au! Rüber da, rüber da, rüber da! Ich will mein Geld! Ich will mein Geld! Ich will mein Geld! Ich will mein Geld! Wer ist da drin? Du bist nicht einer von ihnen, oder? Lass mich da rein! Lass mich da rein! Nein, wir gucken keine Bots zu. Nicht, dass ich wüsste. Ihr seid nicht im Token-Bot. Weil ich spiele auf der Playstation 4. Girls! Surprise! Nein! Fahr mich raus! Fahr mich raus! Nein, ich will in die andere Richtung. Was willst du denn davon? Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Ist er hier? Der möchte ihm helfen. Mein Briefmarken selbst abzulecken, war er sich leid. Ich will nicht. Grow 420. Nein. Es ist ein normaler Run. Oh, movies. Und es wird uns eine Chance zu sprechen. Ich bin ein bisschen Angst, wie viel Zeit wir mit Father Martin spenden. Und ich weiß... Ich hoffe, dass du ihn nicht mit all diesem... ...Holier-than-thou... ...Bible-something... Mach doch dein Werkzeug wenigstens vorher mal sauber, bevor du damit arbeitest. Aber wo sind wir denn? Wer? Das sind meine Finger. Und das ist, was ich hier für. Das macht dich... ...belief. Du schaust mich? Du schaust mich? Du schaust mich nicht! Du schaust mich nicht! Wir sind so gut für dich, zu verbreiten. Die Drecksau! Das ist besser, nicht wahr? Das ist besser, nicht wahr? Ich würde sagen, wie wir dich lieben. Wir haben ein Konsumer für die Produktion. Dieses Ding... ... wird es selbst verbrechen. Jetzt kann ich nicht wieder kochen! Aber er hält noch die Kamera. Erst rein! Also Kameraführung ist super! von Traeger. Und er ist noch nicht offen. Er ist noch immer still alive. Es war ein Werdes Röner, dass ich losgekommen habe. Es erinnert flouriert. Es funktioniert sehr gut. Sie können nicht kontrollieren, und Sie können zu kontrollieren. Keine Ahnung! Keine Ahnung! Keine Ahnung! Keine Ahnung! Keine Ahnung! Keine Ahnung! Er kommt jetzt! Der ist vorwärter! Traeger! Alter, schreie nicht so. Solche Psychotypen, Alter. Stell dir mal vor, du hast zum Typen der Machbarschaft. Scheiße! Scheiße, wirklich? Du wirst mich nicht aufhören? Natürlich! Wenn es nur eine Sache gibt, kann ich nicht aufhören! Es ist ein Queerer! Komm schon! Okay. Okay, du kannst das herausfinden. Du kannst... ...dass... 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 Alter! Ich weiß nicht, wie ich das damals geschafft habe. Das war... Ich bin, glaube ich, immer im Kreis gerannt. Die ganze Zeit, bis ich den Schlüssel gefunden habe. Oder Sicherungen oder was das war. Was man da braucht. Boah! Schnipp, schnipp! Der Friseur ist da! Schnipp, schnipp! Geh, bitte warn uns hin! Ich will die Tür aufmachen! Dankeschön! Oh, das ist zu! Verfickte Scheiße! Jetzt kommt der schon wieder! Lass den mal zur Tür gehen, dann gehe ich in eine Abkürzung. Ja, ja, ich spiele auch andere Horror-Games. Ilverwiffen... Was habe ich noch? Ähm... Daynight... Daylight... Ich glaube ich... Boah! F*** dich! F*** dich! Verpiss dich! Aouh! 裡... Dampine... Dampine... Mh, Pan... Dampine... Dampine! Ach, da hoch kann ich. Gut. Ich gehe jetzt einfach da hoch, so wird scheißegal. Meine Fresse. Ja, Daylight ist auch ekelhaft. Aber da hat es mich schon so oft durchgepackt, dass ich dann irgendwie in der Wand immer gelaufen bin. Und ich liebe solche Aussagen. Ich bin so gut. Ich bin so gut. So, wo ist der Schlüssel? Komm, schau mal! Hier ist schon mal nichts. Ja, ja, das sind die beste Dinge. Alles klar. Alles klar. Jetzt spaziert er die ganze Zeit hier rum oder was? Mann, verpiss dich. Da muss ich auf jeden Fall rein. Das hört ja auch nicht. Ja, er ist weinig ein Dress. Doch nur Pändis. Niemand hat zu gewinnen, niemand hat zu gewinnen. Hey, niemand mag ein Quitter. Okay. Ja, play blind. Okay, that's my room. Ja, freu ich mich richtig drauf, wenn PG kommt. Das ist auch ein cooles Game. Okay. 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 Wow, on weg. I need the keys, where are the fucking keys? I don't know, where the keys are. I haven't closed the keys yet, because I haven't closed the keys yet. I don't know, where are the keys? I don't know, where the keys are. Is this one of you? I don't know, where are the keys? 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 Willst du mich verarschen? Where did you see me? I don't know, where are the keys? Damn! Verdammt! Na klar lese ich deine Kommentare! Oh my god! 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 Na komm! Na komm! Du bist elf und hast es mit deiner Cousine gespielt. Au dich schlecht. Jetzt kommt er. Meine Fresse! Das kann es doch echt nicht mehr sein. Das gibt es doch nicht, dass der Kollege mich immer wieder sieht. Meine Fresse! Das gibt es doch nicht! Das ist doch nicht. Ich finde es eher traurig, so ein Spiel in dem Alter. In den Zeiten des Internets von heutzutage kann sich jeder das Spiel holen. Das ist doch nicht wahr. Geht euch! So, jetzt gehen wir mal da hoch. Hopp. Mal schauen, wo es hier lang geht. Ach, nein. Verdammt. Jetzt bin ich schon wieder hier. Nein, ich bin endlich richtig. Ja, so ein Elder Scrolls Key hätte ich auch gern. Ich habe meine E-Mails gecheckt, aber da waren leider keine drin. Das war jetzt Riesen-Fail. Wie er unterm Bett schaut, die Drecksau. Ah, verdammt. Sitten in der Toilette. Äh, der Xenon ist auch da. Ja, ganz seltener. Ja, was ich hier? Ja, ich bin eigentlich ein paar Lige. Ja. Ich bin eigentlich ein paar Lige. Ich bin eigentlich ein paar Lige. Ja, ich bin eigentlich ein paar Lige. Ja. Da war es zehn, bis jetzt in der Toilette. Ja, das war nicht. Ich bin eigentlich ein paar Lige. jetzt muss ich erst mal überlegen wo war denn jetzt der scheiß aufzug ich glaube gar nicht gerade außen dann rechts nein elevator links tada top top und tschüss tschüssi alter fick dich verpiss dich ach komm outlast ist nun gar nicht ein ding ach komm schaffst du schon meinst du mein ding ist es überhaupt nicht ist ja hier die hat nicht mal was an ist echt traurig ja später werde ich auf jeden fall das game wechseln wahrscheinlich das kommt aber an ich hätte richtig die augen rausgepult und die finger wir sind ja nicht im auto wir sind ja nicht im auto finder draußen vater martin wir sind nicht gleich gut tschüss loadrunner Was ist das? Ich will das Feuer brennen lassen. Was ist das? Ich höre hier irgendjemanden atmen. Du warst es nicht. Okay, hier geht es auch nicht weiter. Da geht es weiter. Einmal durchdrücken. Oh, wieder zwei Ventile. Da habe ich auch sowas von kein Bock drauf. Da geht es weiter. Ich glaube, der ist immer noch da. Ja, ja. Wie würdest du oppen, wenn man dir zwei Finger abschneidet? Oder meinst du den Fetten? Der lässt den Schrank in Ruhe? Und der fällt da hin. Da steht er. Gut, er geht links. Rechts und ich links. Ja, da geht es nicht weiter, oder? Doch, Gott sei Dank. Ja, ja, der Charakter. Ich sag ja, dem haben sie zwei Finger abgeschnitten. Oder was macht denn der da? Oh, hush it, Mike. Oh, hush it, Mike. You'll have your turn. There you go. Oh, hush it, Mike. Oh. Fuck! Schau, einmal Schwarzenegger! Boah! Du, Drecksaus! Hey, mein hübscher wartest du auf mich? Du kannst ja lang warten. Ja, der ist irgendwie hängen geblieben. Ich weiß nicht warum, was mit dem passiert ist. Keine Ahnung. Okay, hier geht's auf jeden Fall nicht weiter. Scheiße! Nee, das ist normal. Immer wenn sich die Anzahl der Viewers um 10% ändert, dann schreibt der das. Ich weiß gar nicht, wie ich das einstellen kann. Moment. Na doch, das kann man einstellen. Ich hab's mal geändert. Ich weiß auch nicht, ob das funktioniert. Boah! Geh weg, du Mistvieh! Verpiss dich! Ich sag, verpiss dich! Home-Bildschirm, alle Befehle, was rum noch? Denkt die Pläser schon gleich, ich rieb wieder mit der. Mach die Tür zu! Nein! Mach die doch hinter dir zu, du Depp! Du hohle Nuss! Du hohle Nuss! Boah! Ah! Adrenalin pur! Rägt mich am Arsch! Bei mir ist alles stehen geblieben gerade eben! Boah! Das gibt's ja nicht! Oh! 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 Alter! Was hat denn da für Probleme? Er sucht ja Hobbys! So, wenn ich das jetzt bitte... Wetten, der schaut... Ich weiß nicht, ob er in den Schrank schaut. Wir werden es versuchen. Jo, tschüss Rexem! Und dank dir! Das ist Bob! Bob hat keine Arme! Klopf, klopf! Wer ist das? Es ist ein Bob! Wer ist das? 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 Was ist das? Pop ist hier.